Wir sind in diesem Advent schon ein großes Stück vorangekommen. Seit gestern brennt die dritte Kerze auf unserem Adventkranz. Und für viele Menschen gehört der Geruch nach Weihrauch zu Weihnachten und auch schon in der Adventzeit dazu. Meine Mutter sagt immer, der Duft der Adventzeit ist der Weihrauch. Weihrauch spielt in vielen Kulturen und in vielen Religionen eine große Rolle. So auch bei uns im katholischen Christentum. Wir verwenden den Weihrauch bei besonders feierlichen Gottesdiensten, bei der Anbetung und ehren dadurch Jesus Christus. Mit dem Weihrauch soll er geehrt werden. Und wenn wir in diesen Tagen Weihrauch in unseren Wohnungen und in unseren Häusern auflegen, dann wollen wir genau das tun. Wir wollen Christus ehren. Ja, wir wollen ihn willkommen heißen. Zu Weihnachten wird Gott Mensch. Christus kommt auf die Erde und dieser Weihrauch, den wir in diesen Tagen verbrennen in unseren Häusern, in unseren Wohnungen, soll den Weg bereiten für Jesus Christus, der zu Weihnachten auch ganz persönlich zu uns kommen will. Untertitelung des ZDF, 2020